V** affectionale Beschein Comms Gebe Was ist denn so ein Faut? Ihr könnt euch mal nützlich mal nützlich machen oder Frauen Mach mir die Shisha an oder so. Nein, nein, das, das, das trau ich. Und ich sag nichts weiter. Nein, meine Shisha muss ich behandeln. So. Ja. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr folgt der Story, weil wir kennen die ja zum Teil schon, deswegen... Ich hoffe, das steht auch nicht, wenn wir nebenbei ein bisschen was reden. Ja, ihr könnt's ja nachlesen. Miau. Ja, ihr hört wahrscheinlich die Frauen im Hintergrund grad nicht, das ist ziemlich schade. Aber egal. Das war Melli. Das war Fannin. So. Das war der Daniel. Eins, mal seht mal ruhig, ihr macht die ganze Atmosphäre hier kaputt. 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 So. Das könnte ein Zettel sein. So, to my most trusted student and friend, Johan Weyer. Äh. Altstadt. Da sind wir doch. Oder in der Nähe. Siehst du was? Nein. Äh, 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 äh. Ihr Freund und Mentor Heinrich Cornelius Agrippa. Boah. So. Besser? Domi, ich glaube, es ist recht verwirrend, wenn du Antworten auf etwas gibst, was die anderen nicht hören. Ja. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Wir entschuldigen uns bloß. Ach nee, das Ding kann ich ja nicht, genau. Ah, wieder eine Tinderbox. Ist sonst noch was? Ist doch nichts für ein Interesse. Ja, menschliche Anatomie. Tierische auch. Animalisch. Hättest gedacht, ein Zettel. So. Aber wenigstens ein kurzer Text. Canis Lupus. Das ist doch Wolf. Ja. Nee, das ist Canus Lupus Lupus. Egal. Das ist der Hund. Das ist ja. Ich bin. Deine. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Sooo Ja, die Frau ist gerade eben hinter der anderen Frau verschwunden Ja, sie liegt halb auf dem Boden Oh, ich weiß noch, wir sind da auch damals erschrocken an der Stelle Ich hoffe, das kommt jetzt auf dem Video auch einigermaßen gut rüber Ich glaube, wir nehmen ein bisschen den Grusel aus dem Spiel Das Spiel ist wirklich nicht da oder gerade ohne Ich glaube, man glaubt uns nicht oder man hält uns für Pussys Na und? Ja, ja So Schön machst du das Ja So, das ist ein Caven, glaub ich, genau Und diesen Caven haben wir damals übersprungen Das muss man normalerweise wegsprengen Und das haben wir nie gemacht Wir sind irgendwie weitergekommen Haben später auch ein Item nicht gehabt Das wir eigentlich hätten haben sollen Das mussten wir uns dann im Savegame rein editieren Frauen Oh mein Gott Nimm das Mikro von der Frau weg Das ist ja gefährlich Oh mein Gott, Tommy Nimm's weg Hey, Öl Öl Tinderbox auch sehr schön Nee, aber hier außen ist voll schön Nee, aber hier außen ist voll schön Wie soll erlauben? Wer eigentlich gerade Frauen hier, Domi Ja, das stimmt Endlich mal hell Ja, das hat's nicht gebracht Ah genau, das war's ein Stück von dem Ah Genau, das ist die Anleitung dafür Wir müssen später nämlich einen Aufzug reparieren Dafür brauchen wir verschiedene Teile Und müssen wir auch in einer bestimmten Nach dieser Anleitung hier Dann wieder reparieren Das war ein ziemlich dummes Rätsel Im Sinne von Wir haben es nicht gemocht Ja, irgendwann habe ich echt so was wie 50 Tinderboxen Oder sowas So Kommen wir wieder zurück Wir haben das Teil Das hast du schon gehabt Ja So Ah Okay, da unten sind diese komischen Spinnennetze Äh, ich kann runterfallen, ja Aber Da ist gerade ein Baum umgefallen Ich weiß, ihr das gerade nicht gehört habt Die Mediator hat gefragt, ob man da runterfallen kann Wir sollten auf Freenames verzichten Lieber Spieler 1, Spieler 2 Frau 1, Frau 2 Ach, das stört mich wenig Brust links, Brust rechts Das können wir dann schon nie machen Äh Ab 18 Videos? Nein Ja Ach, das ist so flach Es tut mir leid Manche Leuten würde das wahrscheinlich überhaupt nicht passen Können euch in den Comments auslassen Aber so ist das nun mal bei uns Ja Ja Gebt nicht deinem Kleid, Daniel Ich werde es nicht Ich werde es nicht Es ist keine Schade, wenn es ein Parasol ist im Dessert Als es passiert ist, ist es wichtig für eure Erwartung Aber es scheint zufrieden Die Schade wird viel weniger, als du das Leben Ich sage dir Äh? An important key in the guest room. Wie haben wir den denn übersehen? Wir haben übrigens... Wir haben übrigens... oder zumindest die... Frau Nummer 1 hat... Beim Anschauen unseres ersten Parts ist aufgefallen, dass wir... Tinder-Boxen vergessen haben. Ähm... Wir sind blind. Und doof. Und schnauze... Und überhaupt. Alles, was mit Klischee zu tun hat. Was ist das jetzt hier? Ja... Daniel... Still having nightmares, I see. Yes.